So, da sind wir wieder zurück. Wir haben ja gestern, oder gestern, was heißt gestern, in der letzten Folge von Aktuali Edition hier gemacht und uns hier so was lustiges gebaut. Das wäre mal just for fun, einfach, obwohl, hm, wo setzt man das hin? Wir setzen das mal hier an die Ecke. Geht nicht, warum geht das nicht? Kann ich das vielleicht drunter setzen? Nee, ich kann das, schade. Okay, dann ist das bestimmt ein Spielzeug, was man nicht gebrauchen kann, tut, braucht, muss. Dann hauen wir das ins ME. Wir bauen uns aber heute die Importer und die Cables, denn wir wollen ja, hier läuft schon wieder irgendwo was rum, denn wir wollen ja, dass alles importiert wird. Wieviel habe ich gesagt brauche ich? Eins, Mobfarm zwei, Schmelze drei. Äh, jetzt muss ich gerade selber gucken. Eins, zwei, drei. Und das da hinten machen wir per Hand, gut. Wir haben die drei Stück, wir haben die Cables. Das hier kann erst einmal raus, das hat hier drinnen gar nichts zu suchen. Das kann erst einmal alles weg. Das kann weg, das kann weg, denn wir brauchen, uuuh, du vermaledeites Drecksvieh. Äh, wir brauchen die Wrench. Die ist irgendwo hier ganz unten. Und zwar dort. Das hauen wir da erst einmal wieder rein. Äh, hallo, abbauen. Okay, das geht nicht mit der Wrench, das ist schon mal interessant. So, das werden wir jetzt erstmal hier alles weg machen. Das bleibt natürlich. Äh, das kommt weg, das, das und das und das alles hier. So, hier gibt es nämlich noch eine einzige Leitung zu einer einzigen Kiste. So, hallo. Warum machst du das nicht gleich dran? Äh, hier. Sag mal, das ist nämlich verarschen. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Kiste. Eine Chest. Wir nehmen vorsichtshalber eine Goldkiste. Da passt genügend Zeug rein. So, das, das und das. Das kann weg. Ähm, importieren. Import. 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 So, dann muss das hier hoch. Hö, hö. Es muss da hoch. Witzig. Na komm schon. Lass mich hier. So, ähm, das Kabel muss dann. Nein, das wollte ich. Ey, geh wieder da rein. Ach komm schon. Ach komm schon. Willst du mich hier eigentlich ganz verarschen gerade? So. Ach nee. Hau ab, du Goggle. Du Goggle. Du Goggleverschnitt. Warum habe ich das eigentlich so weit? Naja, egal. Äh, da, da. Äh, da, da. Äh, da, da. Da lang. Dann, da lang. Eins nach unten. Das wird hier halt sowas von grotten hässlich aussehen. So. Das. Und das. Ich sag ja, das wird sowas von grotten hässlich aussehen. Ist mir gerade aber scheißegal. Hauptsache, das ist aber... Moment mal. Ich kann das doch auch. Geht das? Sind ich das hier unten so? Ich glaube, hier gibt es keine Fassaden. Das heißt, entweder ich müsste das Stromkabel umbauen oder diese Teile. Aber... Ich würde sagen, wir bauen das Stromkabel einfach mal um. Äh, das Kabel kommt hier lang. So, das Stromkabel ein. Und hier lang. So. Da haben wir wieder ein paar Stromkabel gespart. Und... Ja, genau. Die Kiste. Oh, ey, komm. Du bist hier so ein Speed-Skelett. Mann, 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 Mann. Äh, die Kiste kommt hier auch erst einmal weg. Die wird hier jetzt erst einmal nicht benötigt. Wir verbinden die jetzt doch so hier miteinander. Ach, wenn das gehen würde. So. So. Und die Kiste kommt da hin. In Sur. Genau. Denn dann können wir den Importer... Äh, machen wir den hinten oder oben drauf? Hinten oder... Oh, Gott. Das ist jetzt die nächste Frage. Äh, wir machen den oben drauf. Das wird deaktiviert. Das braucht man nämlich nicht. So. So. Und jetzt werden wir die auch gleich mal anhauen. Äh, das da. Und das da. Und natürlich nicht zu vergessen, das hier. Da ist der Fahrstuhl. So. So. Diamant kommt hier auf jeden Fall unten rein, weil das als erstes genutzt wird. Das arbeitet auch. Sachen gehen rein. Und gehen wieder raus. Sehr schön. Jetzt gucken wir kurz ins ME. Eins, zwei, drei. Haben wir bei Redstone. Wir brauchen nur gucken. Ähm, Gold Pieces. Ich entschuldige mich für die Stimmen da draußen. Ja. Es geht da alles rein. Das ist sehr schön. Da kann der Rest auch alles dazu. Da muss ich extra noch eine Trash Can anschließen. Ähm, gut. Dann kommt dort, äh. Eisen. Und da Flint. Hier unten kommt DIA. Eisen. Flint. DIA. Eisen. Und Flint. So. Das geht jetzt alles hier rein. Und wird auch gleichzeitig rausgesogen. Jetzt müssten wir uns eventuell noch ein Speed-Upgrade hier reinhauen. Ähm. Wie sehen die hier aus? Netzwerkkarte. Äh. Fortune-Upgrade. Silk Touch. Stack Crafting Speed. Ich brauche so ein Upgrade. Eins, zwei. Zwei, drei. Dann brauchen wir Redstone und Zucker. Eins, zwei, drei. Und wo ist das Redstone? Und da. Eins, zwei, drei. So, so und so. Ja. Wollen wir mal schauen, ob das was bringt. So, noch eins. Tü, 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 tü. Apropos. Hey, die bringen ja wirklich was. Öh. Die hauen wirklich was raus hier. Da muss ich mir doch gleich noch ein paar herstellen. Joach, da werden wir uns noch ein paar herstellen. Ähm. Eins, zwei. Oh, okay. Wir brauchen wieder das da. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir gehen auf. Zwei und dreißig. Wir brauchen nur das da. Vier Stück. Dann vier mal Redstone und vier mal Zucker. Äh, hier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und einmal wieder hier hinter ums Eck. Das, das und das. Ey, ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Das freut mich jetzt natürlich. Das erste Speed Upgrade kommt hier rein. Das zweite auch. Das dritte auch. Und das vierte kommt dann unten mit in die Kiste. So, los. Mach hinne. Und für die anderen Importer werden wir uns auch noch Speed Upgrades besorgen. So. Ich würde mal sagen, drei Stück reichen aus. Und dann werden wir uns noch, keine Ahnung, irgendein anderes Upgrade dazuhauen. Und vier. Und vier. Und es geht alles weg. Das freut mich. Ich brauche doch die Trashcan und den Filter. Äh. Äh. Kann man da nicht noch das irgendwie verbessern mit dem Filter? Äh. Advanced Filter. Ach du Scheiße. Ne. Dein Bleiben war dabei. Und die, oh wir haben sogar zwei Stück. Das ist schön. Äh. Das heißt Scheiße. Extract. Äh. Ja, saug erstmal bitte alles raus. Das machst du richtig. In der Zeit kann man ja mal hier hinten reingucken. Habe ich eigentlich schon mal einen Ring? Ja, der ist dabei. Jo. Was soll man dazu sagen? Das ist voll. Warte mal, werden die Pfeile ein bisschen noch da reingehen? Ja. Äh, hallo? Ich will den Schnatterer Datsch hier alles nicht haben. Ja, dann maximal das hier. Und das da. Ach Gott, da muss ich mich auch öfters mal drum kümmern. Beziehungsweise gleich einen U-Board da reinhauen. Äh. Das rein, das rein, das rein. Na ja, Creeper Boy. So, ist die Kiste leer? Ne. Warum auch? Vier Speed Upgrades kriegen das nicht geregelt, dass das instant da reingeht. Das ist shit. Äh. Guck nicht, dass ich das falsch hier mit reinhaue. Und tschüss. Äh. Die müssen nochmal raus. Äh. Oh, okay. Das war zu weit hinten. Na komm. So. Und. Ach, komm schon. So. Die Speed Upgrades da rein. Dann. Ähm. Trash Can. Kommt das rein. Äh. Filter. Da. Und was haben wir hier drin? Leder. Okay. Da reicht eine Trash Can vollkommen aus. Wo bauen wir die jetzt hin? Lassen wir die hier? Nein. Hm. Disable. Ich weiß, wie wir das machen. Wo haben wir so eine Leitung? Da. Da. Wir machen das dahin. Wir machen das dahin. Äh. War das jetzt das? Nein. Das war das da. Und? Wird er schon rausgesogen? Ja. Ja. Insurbed. Jetzt muss ich gucken. Kaktus. Kaktus. Accident. Gunpowder. Bone Meal. Und Kakao. Darf hier nicht drinnen landen? Landet hier auch nicht drinnen. Cool. Gunpowder wird rausgesogen. Ja. Sehr schön. Haben wir das auch geregelt. So. Dann sind wir ja da unten soweit fertig. Und wir können die Folge hier beenden. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.